So ruf man da von Hardenbeck. Als erstes müssen wir Ihnen mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Ich lasse schon meinen Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Komm ich nehme dir was ab. Na deine Klausuren waren bestimmt auch gut. Dann hast du so einen Top-Examen. Wo war es bei Heckfurth? Das sollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, dass Sie noch daran gedacht haben. So einen Handel kannst du noch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfurth's Büro natürlich. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020